Musik Wow, du siehst klasse aus! Danke! Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall! Siehst du, habe ich dir doch gesagt! Feldfärbung und alles, ist ja alles schön und gut, aber ich möchte dann auch mal langsam mein Geld haben. Oh, äh, ja natürlich. Wie viel macht das denn? Ach, nur 125 Pet-Dollar. Was? Tja, umsonst ist es auf jeden Fall nicht. Na schön, ich bezahle es, okay? Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, das kann ich auf keinen Fall annehmen. Das wirst du aber. Hier, bitteschön. Danke. Auf Wiedersehen und danke. Ciao. Tschüss und danke für das Geld. Kannst du doch nicht machen. Das ist viel zu viel Geld. Ach nein, ist schon okay. Wirklich? Ja. Na schön. Okay, gehen wir einfach weiter. Hilfe! Wieso hältst du an? Hast du das nicht gehört? Jemand hat um Hilfe gerufen. Ach, Quatsch. Also, ich habe nichts gehört. Gehen wir einfach weiter. Aber... Hilfe! Hast du es jetzt gehört? Äh, ja. Komm schnell, es kam von... Äh... Da! Da! Alte Eiche. Die Stimme muss von dort gekommen sein. Ich gehe da nicht rein. Innen drin ist es bis unten. Hohl. Der Baum geht nämlich noch weiter durch die Erde. Also, da müsste jemand reingerutscht sein. Hallo? Ist da unten jemand? Ah, hallo. Ich bin hier reingefallen. Jemand hat mich reingeschubst. Du musst mich rausholen, bitte. Hier unten ist es so gruselig. Keine Sorge, wir holen dich da raus. Danke, aber beeilt euch bitte. Wieso hat sie es denn so eilig? Keine Ahnung. Und wie kriegen wir sie da raus? Hm. Wir brauchen ein Seil. Ach, natürlich. Können wir nicht einfach die Polizei rufen? Oder die Feuerwehr? Hm. Nein. Das ist ein Fahrt für uns. Kannst du uns bitte ein Seil holen? Na schön. Weil du es bist. Wir holen dich da gleich raus. Wieso hast du es denn so eilig? Na, weil ich. So, da bin ich wieder. Oh, super. Okay, pass auf. Wir binden es an einen Ast. Und dann lässt du mich runter. Du ziehst uns beide dann rauf. Gut, dann los. Okay, fertig. Gut, also du ziehst mich dann rauf, wenn ich dir das sage. Okay. Gut, dann los. Ach du meine Güte. Das solltest du dir anschauen. Äh. Na, endlich. Ah. So, da bin ich. Das ist hier ja riesig. Ich weiß. Ich weiß nicht. Das war mal eine Mine oder so etwas in der Art. Und sag mal, wer hat dich hier eigentlich reingeschubst? Also, das war... Hey, wird's bald da unten? Warte, unten ist es riesig. Hey, da kommt jemand. Oh, oh, gar nicht gut. Er hat mich reingeschubst. Was? Destiny, pass auf. Na, wen haben wir denn da? Ah. Ah.